Hallo, mein Name ist Ina Lieskopp. Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen und lebe zurzeit in Los Angeles, Kalifornien. Ich habe am Konservatorium der Stadt Wien Schauspiel studiert und habe später in internationalen Produktionen in Europa, in Asien und in den USA Haupt- und Nebenrollen im Film und Fernsehen gespielt. Zu meinen bisherigen Karriere-Highlights zählen die Darstellung von Klimts Tochter in der internationalen Koproduktion Klimt mit John Malkovich, Sarah Jessica Parkers Assistentin in der Hit-TV-Serie Glee und die Hauptrolle in der 30-Stunden-Miniserie Departed Heroes, die vom chinesischen Studio Hawaii Brothers produziert wurde und für die ich 2012 unter anderem auch einen begehrten Publikumspreis, den Huading Award, erhalten habe. Abgesehen von meiner Leidenschaft fürs Schauspiel tanze ich Ballett, ich bin Konzertpianistin und ich singe sehr gerne Jazz. Ich spreche insgesamt sieben Sprachen inklusive Chinesisch und hoffe aus diesem Grund an internationalen Koproduktionen im Film- und Fernsehbereich auch weiterhin teilzunehmen. Ich freue mich auf ein Kennenlernen und bis bald.